Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Shellshock Live zusammen mit Maudado. Bewertet den Part und viel Spaß. Wir starten wie so oft mit einer 3 vs. 3 Runde zusammen mit Maudado. Hallo. Hallo. Was machst du da vorne? Bist du das erste Opfer? Ich chill hier einfach nur. Ja, okay. Hast du eben was Besonderes? Ja. Oh, ein Messer. Ja. Das jetzt so besonders ist, ich weiß es nicht. Oh nein, hab ich mich verschätzt? Ich glaub, du drückst so nicht. Oh, der andere auch. Ja, guck mal, der eine, der zieht so ein bisschen auf dich, ne? Ja, aber nur ein bisschen. Oh, was? Nein. Ich gehe auf dich. Nein. Alter, er hat verfehlt, oder? Mit der Ghostbomb? Ich weiß es nicht, vielleicht hat es einen getroffen. Es sah so aus, als würde es nicht. Ja, hat er getroffen. Ach, schade. Okay, ich geh nach links. Zippa! Alter, was macht der Junge? Ja, alles klar. What the fuck? Spiel. Was stimmt denn nicht? Und Maudalo macht hier die ganze Zeit richtig viel Damage. Ich drück den Damage raus, wie eine Maschine. Ja, du bist es auch. Ich bin eine Maschine. Was macht der da? Haut der sein Messer raus? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das hat er doch direkt am Anfang benutzt. Nein. Nein. Oh. Es trifft mich. Es trifft mich beides. Ach, du Sche... Ja, alles klar. Okay, gut. Wir haben ja recht geleben. Da bewege ich mich mal weg. Wir sind ja Tanks. Ja, ich hab's geschafft. Sehr schön. Und... Spatz! Napalm! Los, verbrenn ihn! Es ist... Es ist durchs Portal. Hat es ihn getroffen? Oh, oh, oh! Hab ich? Oh, ein Stein. In Ordnung. Nee, hab ich nicht. Alter, was tue ich denn hier in der Runde? Hol'n mir, der Held. Nein! Ja, ja, ja. Es trifft mich. Okay, ich bin sicher. Ich bin safe hier. Wir opfern unsere Mitspieler. Ja, ja, klar. Natürlich. Oh! Soll ich auch auf ihn gehen? Nee, ne? Nee, komm. Das kannst du machen. Also, umso schneller er tot ist, umso besser. Ist mir egal. Okay. Das ist dein Opfer. Danke, dass du mir meinen Opfer lässt. Oh, 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 oh. Ja, der trifft. Oh mein Gott, Mordado. Ich treffe endlich, oder? Ja, zumindest einen. Ja, du hast getroffen. Mit 30 Schaden. Alter Germann. Danke. Bist du talentiert. Ja, danke. Ich weiß. Bustest du bis jetzt gar nicht. Was berechnet der da? Weiß ich nicht. Was hat der vor? Warum warst der mal gelangt? Ich hab welche Waffe. Ja, alles klar. Nein. Ach, du Scheiße. Aber ich glaube, er hat sich auch seit einer halben Stunde nicht mehr bewegt, oder? Ach, Mann. Ich hoffe, der stirbt jetzt hier vorne. Holst du das? Nee, nee, den hole ich nicht. Nein, nicht Frosch. Du triffst dich doch selber. Nee, nee. Wenn's ja alle instant ihn berühren, dann explodieren sie doch sofort. Ach so. Denk ich. Also, das Teil holst du nicht, oder was? Soll ich das holen, sonst, das lohnt sich? Das war's. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Weiß ich nicht, ob du's holen sollst. Nee, ich mach dir Hexen. Hex, die Hex, Hex. Ja, es trifft. Kommt schon, ein Frosch noch. Kommt und zack. Nein, nur ein Frosch. Ja, geil, was? Ja, okay, okay. Das ist vielleicht ganz gut. Nein, 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 nein. Er geht dran vorbei. Einer tritt und den Mond hat sogar getroffen. Alter, der Bilder hat nicht verfehlt. Ja, eben, weil der Mond mich, glaube ich, erwischt hat. Okay, machst du ihn jetzt fertig da unten? Ja, ja, also jetzt krieg ich ihn relativ sicher. Okay, okay. Geil. Okay, ich mach den Ringer. Ringer! One-Shot. Komm. Nein, genau dazwischen. Also, meine Stats sind gerade erbärmlich. Ich treff einfach gar nichts. Oh, nice. Oh, nein, 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 nein. Oh, ja. Oh, nice. Oder hat es ge... Ja, es hat gedruckt. Ach so. Oh. Hey, du kriegst deine Items. Der ist der Dufte. Ich bewege mich immer weg. Die Loser, ey. Oder jetzt muss ich nur irgendwie die Flugbahn nach der drüben bekommen. Ja. Ich werde jetzt mal den Tracer benutzen. Und? Oh. Okay, gut, dass ich ihn benutzt habe. Palme! Woo! Du auch? Ja, Palm Power! Ja! 15 Damage gemacht! Ja, 30 Damage! Noch, Mann! Und ich hatte sogar den Trailer... Hä? Sir. Wir haben ihn mit unserer Palme demoralisiert. Was? Wir können auch... Ey, geil. Wir können auch gewinnen. Ich wusste gar nicht, dass Palm so schlecht nicht ist. Und der hat wohl einen Kindheitstraum. Nee, 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 nee. Das hat... Die Schadensanzeige stimmt nicht. Da fehlte eine Null bei uns beiden. Oh, trifft uns das? Alter, Junge! Ja, geht, ne? Komm, man machen kann auch sein lassen. Guck, jetzt sind die Moral nicht hier richtig. Oh, so sind die. Treffen die mich selber? Aber die Palme wieder! Woo! Ja! Noch ein Item raus. Schön. Also mittlerweile kann ich mir vorstellen, dass er uns auch noch tötet. Nee, nee, nee. Sicher? Ist das ein... Oh, nein. Nein! Ich weiß nicht, was das hier ist. Ja! Armor und... Ja, das hat sich gelohnt. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Du hast aber extrem gut getroffen. 70. Ich hätte eine Shockwave. Ja, dafür musst du halt an ihm dran schauen. Ja! Die macht 40 Damage. Die ist eigentlich echt nicht drin. Das trifft nicht, oder? Oh, oh. Hallo? Hä? Oh Gott. Okay. Ich komm mal zu, Diallo. Oh, fahr mal weg. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh nein, da komm ich nicht hoch. Kommt man da... Was? Alter! Ja, ich fliege einmal einen Twinkler. Ist nicht so schade. Wow, wow. Das war gut. Und... Perfekt. Hast du einen Sniper-Schuss, oder so? Nee, nee. Sonst hätte ich den schon... Schade. Nächste Runde kriegen wir einen. Meinst du? Ach so, wir kriegen Items. Okay, in der Kuhle. Oh. Wir müssen ein Loch reingefahren. Nein! Ach, oh. Items, ja. Bitte. Danke. Ach, schön. Okay, was hab ich? Feuerwerk. Und ne Hexe. Trifft das so? 73 hatte ich doch gerade. So war das. Los, mein Schatten. Abstand. Oh nein, damit tötest du mich. Feuerwerk! Komm runter, komm bitte runter. Ja! Oh, schön! Oh, 70! Oh, 70! Und du? 40! Das macht nur 40! Oh, das sieht gut aus. Hier ist das Dead Shadow? Oder so? Nee, war nur Shadow. Nur Shadow. Ach so. Was passiert bei Dead Shadow? Ist er dann tot? Ah, hallo. Steht ja eigentlich tot im Namen. Ja. Bin ich jetzt tot? Nee, der trifft dich. Nee, der schießt auf mich. Aber trifft nicht so häufig. Naja, geht, ne? 40 Damage macht er. Ach, kritt noch. Ach, geil! So ein Kritt-Typ ist das. Hexe! Los! Hexe! Okay. Ja! Schade, hätte ich ihn irgendwie getrunken. Ach, nein. Hast du einen Erdbeben? Nee, den habe ich nicht. Schade. Aber ich habe ja seine Flugbahn. Ach so, ja. Tja, er hat verloren. Was macht er jetzt? Ja, weinen, denke ich mal. Warum weint er noch nicht? Ich sehe da keine Tränen! Boah! Oh nein! Er trifft nicht, oder? Bitte, er trifft nicht, oder? Er bitte... Hä? Er wollte einfach das Zweifach-Damage haben. Ja! Bisschen ist nix. Das stimmt. Lieber ein Zweifach-Damage, als... Kein Zweifach-Damage. Ja! Oh, okay. Okay! Ja gut, vielleicht treffe ich ihn nicht, wegen dem Portal. Ach so! Soll ich nicht weiter justieren kann. Aber ich habe etwas was... Ich nehme meinen Wasserballon. Ja, ich auch! Oh! Machen wir ne Wasserballon-Party. Ja! Oh, komm! Pow! Oh, oh, oh! Ich auch, ich auch! Ja, du auch! Ja, zerstören! Spuck rein! Ja! Und jetzt spielen wir gegen den Maudado, aber diesmal mit Wind. Ihr seht das da oben schon. Und ich habe keine Ahnung, wie stark das jetzt ist. Warum? Ja, Mann, warum? Einfach mal zum Gucken. Einfach mal Spaß, ne? Willst du ins Rote rein und das Double-Damage mitnehmen und durchs Blaue mich... Ne! Zack! Todesgewicht in dein Gesicht. Was? Was? Weiler! Hauptsache, du hast nur einen 20er Wind, ne? Typisch. Typisch! Was willst du von mir? Ja, ich will einfach nur auf dich schießen. Das sieht man doch wohl. Ja. Ich sehe es. Mach Bumper! Oben, oben, oben! Das Teil! Unfall! 60 Scha... Oh! Oh! Ja, genau! Danke! Habe ich irgendwas richtig stark... Ja, hätte ich, aber das... Ach, schade. Soll ich das mal machen? Ich mach das mal. Ich kann das gerade gar nicht einschätzen. Oh, armer Mann. Ja, ist halt echt so. Ich kann das gar nicht einschätzen. Sag mal, willst du mich gerade irgendwie fertig machen? Soll ich weinen? Ja, ja, will ich. Nein! Nein! Das war Double Damage! Ich hab's gesehen. Ich dachte, der Wind wäre viel stärker. Du wolltest nicht gerade eben verletzen. Was wollte ich? Nee, wollte ich nicht. Verstehe ich das richtig? Du wolltest mich... Nein, nein, nein! Eingraben! Hör mal auf! Eingraben! Ah! Oh Gott! Meine Beine! Meine Beine! Null Wind! Ja! Yo! Okay, warte mal Sekunde. Hat das die Se... Ah, nee, das hatte ja Wind. Scheiße! Jetzt kann ich meinen vorherigen Scheiß nicht mal nutzen. Warum hat der Earth... Hä? Ich hätte fast einen Earthgrape gemacht. Okay, pass mal auf, ja? Die ich mach jetzt fertig. Ja, ich pass auf. Ja, hätte ich vielleicht noch ein bisschen besser treffen können, ne? Ja, aber... Aber 70, 60 Damage, ja. Ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, nur bin ich jetzt tot. Was? Hä? Ich hab... Ich wollte... Ich hab... Hä? Hä? Hattest du ein Messer? Ich hab leert, was du gedrückt. Ja, aber was hattest du denn vor? Äh... Du hattest ein Messer, sonst wärst du nie so nahe gekommen. Das macht keinen Sinn. Nee, 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 ich hab kein Messer. Bleib da, Malu. Fahr nicht weg. Mist! Ach! Ich hab halt nichts, was sie jetzt töten könnte. Ey, wenn ich da reingehe, ich werd eh nach rechts geportet. Wollen wir wetten? Komm, ich nehm mal den Jumper, vielleicht springt der nochmal in deine Richtung. Sehr unwahrscheinlich, aber wer weiß. Mann! Jetzt darfst du nie nach rechts fahren, bitte. Ja, komm her, mach. Mach dein Messer. Ich hab gar kein Messer. Was wolltest du dann eben? Hä? Was tust du? Da war ein kleiner Hügel vor mir. Ach so, echt? Anscheinend. Also, ich hab grad... Anscheinend hab ich nicht richtig aufgepasst. Ach, Mann. Dann würde ich sagen, töt ich uns jetzt beide. Ja. Messer! Bin ich tot? Ha! Okay! Dann bewertet den Part, schaut in die Videobeschreibung, da sind alle verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann! Bis zum nächsten Mal. косmanisch despite des Cosmos. Vielen Dank.